Die Karte von Paris entstand zwischen 1734 und 1736. Ihre Veröffentlichung erfolgte als Atlas im Jahr 1739 im Maßstab von 1 zu 400 auf insgesamt 20 Einzelblättern. Zusammengesetzt ergeben sie eine Fläche von 2,40 m x 3,10 m. Die Aufnahmen der 20 einzelnen Bildkacheln wurden mit 600 dpi angefertigt. Jede der Aufnahmen ist ca. 500 MB groß. Alle 20 Bildkacheln wurden zusätzlich zu einer digitalen Gesamtansicht zusammengesetzt. Diese Datei ist 4 GB groß. Bemerkenswert ist die äußerst detaillierte Darstellung von Gebäuden und Straßen, aber auch von Parklandschaften und sogar Teilen des Umlandes. Dem Kartografen war es sogar gestattet, sämtliche Grundstücke in der Stadt zu betreten, um möglichst exakt Maß zu nehmen.